Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Cryptoanarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 62 Cent, 4% im Minus. Der ganze Markt ist auch wieder sehr rot, allen voran Solana mit 12% nach unten. Und Bitcoin hält sich noch recht stabil bei 36.400, bewegt sich mal hoch, mal runter. Aber aktuell, wie gesagt, eher so eine Art kleines Setback. Dann schauen wir einmal direkt rein und als erstes geht es um die ganzen Escrow Wallets. Denn die wurden jetzt endlich alle zurückverfolgbar gemacht. Also endlich haben wir jetzt eine komplette Auflistung. Zwei Wochen der Recherche sind da reingeflossen von FlipTheChain, in denen sie alle Ripple Wallets einmal hier getrackt haben. Natürlich vorab Disclaimer, das sind nicht nur XRP, die Ripple gehören. Das sind auch XRP, die sie bereits verkauft haben, also quasi OTC verkauft haben und dann in Zukunft ausschütten werden. Beziehungsweise auch einfach die anderen Firmen gehören und einfach Ripple hält die Reserve. Aber wie gesagt, das sind einfach alle XRP, die wir hier in Summe haben. Und hier sehen wir die gesamten Wallets, die aktuell noch aktiv sind. Das geht von 9 bis 28 und die haben dann jeweils immer 5 bis 3,5 Milliarden XRP auf ihnen liegen. In Summe kommen wir da auf knapp 41 Milliarden XRP, die gesamtheitlich im Escrow liegen. Wer eine genauere Aufschlüsselung haben möchte, die sehen wir hier einmal. Also teilweise sind da jetzt noch ganz kleine Beträge drauf, in Anführungsstrichen. So 100 XRP oder 300 Millionen XRP, 6000 XRP. Also jetzt alles nicht mehr, ich sag mal, viel so in der Form, für Ripple zumindest. Und hier sind dann eben die, die aktuell noch relevant sind. Also 9, 10, 11, 12 und dann hier wieder 22, 23 und so weiter. Also dann doch schon wirklich sehr, sehr große Summen tatsächlich hier. Und wie gesagt, am Ende kommt man auf einen Gesamtbetrag von knapp 41 Milliarden XRP. Das macht einen aktuellen Circulating Supply von knapp 60 Milliarden XRP, die somit halt dann für uns im Umlauf sind. Also irgendwie gekauft werden können. Hier nochmal weitere Aufschlüsselung, also super interessant. Und was uns das Ganze sagt, ist, dass in Zukunft Ripple nichts mehr verschieben kann, ohne dass wir das eigentlich mitbekommen. Und gerade die Community ist da ja sehr, sehr, ja ich sag mal, vorsichtig und immer sehr darauf bedacht, halt eben alles zu tracken, was da wirklich so passiert. Und wir haben jetzt auch hier die finalen Escrow-Daten von jeder einzelnen Wallet, immer wann was ausgeschüttet wird. Und wie ich schon bereits gesagt habe, logischerweise haben wir Escrows, die teilweise bis 2026, 2027 auch reingehen. Also ist da nichts mit irgendwie, es hört auf mit dem Escrow, ganz im Gegenteil. Das läuft noch viele, viele Jahre, also mal mindestens fünf Jahre, würde ich sagen, weiter. Und ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende. Also haben wir noch einiges an Arbeit zu tun, beziehungsweise Ripple hat einiges an Arbeit zu tun. Und ich glaube, hier ein sehr, sehr großer Vorteil für die Community, dass wir alle Wallets jetzt hier so kennen. Dann geht es immer noch um das Thema Clawback-Feature. Das Clawback-Feature ist ja eine Funktion, mit der man XRP, beziehungsweise Coins allgemein, wieder zurückholen kann von einem Account. Also die Kontrolle zurückerlangen kann, wenn man so möchte. Das Ganze hört sich im ersten Moment erstmal ein bisschen drastischer an, als es eigentlich ist. Denn man muss vorher ja auch die Erlaubnis geben, dass das quasi gemacht werden darf. Also wenn ich mich vorher freiwillig dazu entscheide, dass ich diesen Coin auch wieder abgeben muss oder kann, dann ist es ja vertragrechtlich auch kein Problem. Und wie gesagt, wenn man freiwillig dazu stimmt, dann kann man das ja auch so machen. Und man kann ja auch einfach diese Coins dann halt nicht nutzen. Also das geht ja auch immer noch. Und dieses Feature ist aktuell bei Xahau bereits im Voting. Also kann bei Xahau in Zukunft wahrscheinlich schon sehr schnell gesehen werden. Und ich glaube, Xahau als Sidechain mausert sich immer weiter zu einer Chain, auf der es deutlich einfacher ist, die ganzen Sachen zu testen. Die ganzen neuen Features, die uns erwarten. Und diese dann einmal so live in Action zu sehen. Auch was das für Auswirkungen vielleicht auf Preis oder auch auf die Community allgemein hat. und dann abzuwägen, hey, macht es Sinn, diese Features auch auf die Main Chain zu bringen. Und ich glaube, das hat Xahau bis jetzt schon ganz gut hinbekommen. Gerade auch mit Hooks wird das ein großer Punkt sein. Wie gesagt, man sollte sich jetzt als Entwickler nicht nur auf ein anderes Netzwerk verlassen, sondern der XAP Ledger ist immer noch ein eigenes Ökosystem, immer noch ein eigenes Mainnet sozusagen. Aber ich würde schon sagen, dass hier ein guter Lerneffekt bei rumkommt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob diese Features hier bei Xahau sehr positiv sich entwickeln werden. und ob wir davon auch wirklich was lernen können. Dann wurde ja vor kurzem, genauer gesagt vor zwei Tagen, hat man hier den XLS 50 bzw. 50D Standard vorgestellt. Und heute, also zwei Tage später, wurde das Ganze schon quasi implementiert. Hier beispielsweise von BitHomp. Das heißt, da haben wir ein paar Leute, die da bereits mit dabei sind. Und auch die Nicht-UNL-Nodes haben das auch teilweise schon akzeptiert oder sind im Inbegriff, das zu implementieren. Also wirklich sehr interessant. Und so schnell kann es eigentlich auch gehen und so schnell sollte es eigentlich auch gehen, wenn man wirklich ein Feature hat, was jetzt kurzfristig eine Verbesserung dann bringt. Der ganze Screenshot ist hier von BitHomp, falls das Leute interessiert. Also sollte auf jeden Fall interessieren, woher man diese Quellen hat. Das heißt, hier sehen wir das einmal. Developer-Modus und hier, wie gesagt, welche da bereits da mit dabei sind und welche natürlich auch nicht. Insgesamt gibt es ja aktuell 35 von diesen Validatoren. Und dann gibt es auch ein neues Update von den Validatoren für den Automated Market Maker auf dem XRP Ledger, also dem Hauptledger. Und zwar sind wir mittlerweile bei 14 Ja-Stimmen. Das macht eine Nein-Stimmenanzahl von 21. Somit sind wir aktuell bei 40 Prozent, die dafür stimmen. Und das, denke ich, ist schon ganz gut. Wir brauchen hier immer die 28. Das heißt, also nochmal das Doppelte brauchen wir jetzt, um das Ganze zu implementieren. Aber das ist halt einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis die anderen auch updaten und ihre Ja-Stimme da geben. Wie gesagt, dann muss es noch zwei Wochen so gehalten werden, was aber auch, glaube ich, kein Problem sein sollte. Und dann wird das Ganze final auf den XRP Ledger implementiert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung zu dem Automated Market Maker nochmal. Denkt ihr, das wird jetzt innerhalb vom November zum Beispiel akzeptiert werden und dass wir dann Ende des Jahres noch dieses Feature sehen werden? Oder sagt ihr, ja, die anderen Leute, die jetzt noch voten müssen, die brauchen noch ein bisschen mehr Zeit und das wird noch ein bisschen in Anspruch nehmen. Das sehen wir erst vielleicht Anfang nächsten Jahres. Dann lasst mich das auch gerne mal wissen. Dann haben wir hier einmal diese weiteren Sponsoren, die bei dem sogenannten CEO Diner dabei sein werden. Also bei dem Geschäftsführertreffen, wenn man so möchte, wo sie wahrscheinlich zusammen essen werden. Und hier sehen wir einige hochinteressante Leute, die logischerweise auch einiges zu sagen haben. Wir haben beispielsweise hier Apple ist mit dabei und dann haben wir hier noch große andere Namen. FedEx auch beispielsweise, Mastercard, Visa, Nike, also ganz, ganz viele hochrangige Firmen. Und dann sagt Krippenreiter, wer war nochmal der Diamantsponsor vor dem ganzen Ding? Irgendwas mit eher, ach ja, Ripple war das Ganze, logisch. Und deswegen haben wir hier ein Riesenevent unter dem Stern von Ripple. Finde ich definitiv nicht verkehrt. Und ich glaube, da haben sie nochmal wieder einige Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu kommen und ja, wieder ein bisschen sich austauschen zu können. Dann hat Bitru jetzt wieder Staking eröffnet und zwar für XRP. Und da würde ich aufpassen, denn hier bieten sie 2% API an, 2% Zinsen. Erstmal definitiv nicht verkehrt. Aber trotzdem würde ich da immer Vorsicht walten lassen, weil solche Börsen oft einem gewissen Risiko, einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind, wo einfach am Ende euer Geld weg sein kann. Das muss nicht heißen, dass das jetzt bei dieser Börse auch genau so ist wie bei anderen Börsen. Aber es lässt sich schon ein Trend erkennen, dass Börsen generell öfter Probleme haben. Und da muss man sich eben fragen, würde man seine XRP riskieren wollen für 2% Rendite pro Jahr quasi und im schlimmsten Fall in Kauf nehmen müssen, dass alle XRP dann wirklich weg sind. Ich glaube, das wollt ihr nicht, das würde keiner wollen. Und da muss man eben so ein kleines Risiko abwägen, dann durchführen. Von daher würde ich davon abraten, persönlich irgendwo immer seine Coins zu staken, niemals irgendwo seine Coins hinschicken, hinpacken. Kann in den meisten Fällen nicht gut enden. Aber trotzdem für Leute, die sich dem Risiko bewusst sind, die können das gerne hier einmal auschecken. Dann haben wir hier weitere Verbindungen und zwar Ripple Payments. Ripple Payments, früher On-Demand-Liquidity, ist ja für Ripple immer noch ein, also eigentlich das Hauptprodukt, ich wollte gerade sagen ein größeres Produkt, aber es ist das Hauptprodukt von ihnen, neben der CBDC-Plattform. Und hier haben wir eben nochmal eine schöne Infografik, die man auch gerne mit Freunden, Verwandten und wem auch immer teilen kann, die halt eben auch Interesse haben, so ein bisschen mehr über XRP und Kryptowährung allgemein zu lernen. Denn hier sind eigentlich mal so die Kernpunkte, die Kernaspekte aufgeschlüsselt, die Ripple Payments mit sich bringt. Nämlich auf der einen Seite die Liquidität rund um die Uhr verfügbar, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Auch an Feiertagen, auch wenn gerade mal schlechtes Wetter ist und so weiter, ist diese Liquidität immer da. Das ist eigentlich so mit der Hauptpunkt. Auf der anderen Seite eben auch viele sogenannte Payout Markets, also Märkte, aus denen man auszahlen kann, mit denen man sozusagen interagieren kann. Und ein Punkt, der hier nicht wirklich aufgeschlüsselt ist, der aber noch dazu kommt, sind natürlich auch die günstigen Gebühren. Das heißt, man kann die Gebühren deutlich senken, wenn man Ripples Plattform bzw. XRP einfach verwendet, kann ja jeder für sich selbst auch mal testen. Man kann sich XRP auf eine Wallet laden und kann dann das Geld einem Freund schicken, beispielsweise mal 10 Euro als Test. Und diese 10 Euro werden fast genau so wieder ankommen beim Kumpel innerhalb von 1 bis 2 Sekunden. Der kann quasi sein Handy aktualisieren und in dem Moment ist das Geld schon da. Und so schnell geht es eben, so schnell kann man Werte in Zukunft transferieren. Also kann es jetzt schon, aber wird es in Zukunft noch besser können. Also hier einfach mal so als kleines Beispiel, was eigentlich die Kernaspekte, die Kern-USPs vom Ripple Payments sind. Kurz zwischendurch darf ich euch noch das Projekt Cryptonomy zeigen. Ein Venture-Farm, bei dem es darum geht, dass man neue Startups finanzieren kann bzw. als neue Startup auch Geld bekommen kann. Und das Ganze geht hier über deren Webseite. Ziemlich einfach erreichbar und ist auch bereits im Space hier bekannt. Sie haben insgesamt auch schon hier große Zahlen vorzuweisen. Und ich wollte einmal kurz zeigen, wie das hier so funktioniert. Sie versprechen hier hohe Rendite auf verschiedene Kryptowährungen, die man ebenfalls hier auch auf der Webseite ausrechnen kann. Wenn man sich jetzt hier einmal einen neuen Account macht, dann kommt man auf dieses Dashboard. Ich habe hier einmal eine Balance von 2100 Dollar. Und damit kann man jetzt eben in diese verschiedenen Kryptowährungen hier reingehen. Zum Beispiel hier bei Bitcoin kann man jetzt depositen. Ich bin erst bei dem flexiblen Tarif. Da kann man dann bei API sehen, wie viel API da am Ende dann zustande kommt und wie der Share ist. 50-50 in dem Fall. Und man kann jetzt hier depositen, beispielsweise hier bei Bitcoin. Aber wir sind ja XRP-Fans. Deswegen gehen wir hier bei XRP rein und machen mal zum Beispiel hier ein 600-XRP-Deposit. Klicken auf Continue und depositen das Ganze. Jetzt ist es confirmed und wir können das hier eben sehen, dass diese Balance hier wächst. Der Timer läuft da an der Stelle ab. Weiterhin hat man hier einmal den Fixed Pool. Also da kann man dann auch noch verschiedene Deposits durchführen in der gesamten Wallet. Sagen wir mal zum Beispiel hier in dem Fall nochmal 700. Und können das dann auch für verschiedene Tage hier festsetzen, wie zum Beispiel jetzt einen Monat oder drei Monate. Klicken auf Continue und bestätigen das Ganze und erstellen das hier. Und haben hier nochmal den Launchpool, bei dem es dann halt eben ähnlich ist. Da kann man dann hier solche Contracts erstellen. Und das zum Beispiel hier eben auch für XRP. Und dann da eben auch mit einem gewissen Betrag dann hier eben reingehen und das Ganze dann bestätigen. Sollten noch irgendwelche Fragen bestehen, gerne den Support anschreiben. Vielen Dank und jetzt geht es weiter mit dem Video. Dann haben wir hier die weitere Welle und zwar die Welle 6 von dem XRP Ledger Grant Programm. 22 Projekte aus 13 verschiedenen Ländern haben insgesamt 1,3 Millionen Dollar erhalten. Also roundabout 50.000 Dollar pro Projekt. Wahrscheinlich manche mehr, manche weniger. Aber so in die Richtung geht das Ganze. Hier haben wir einmal ein paar aufgeschlüsselt. Zum Beispiel gibt es DeFi-Projekte, was auch sonst. Es gibt hier zum Beispiel ein XRP Passport System, also ein Pass-System, wie so ein Reisepass zum Beispiel. Dann haben wir hier eine regulierte Tokenisierungsplattform, finde ich auch sehr interessant. Und Echtzeitdaten von Centralized und Decentralized Exchanges, Entwicklertools, Education, AI-Projekte und so weiter. Also all solche Sachen sind hier dabei, finde ich sehr cool. Wie gesagt, 22 Projekte sind ausgewählt worden. Und ich glaube, da wird das ein oder andere Projekt definitiv auch ganz gut performen können in Zukunft. Dann ist David Schwartz aktuell wieder viel auf irgendwelchen Sport-Events unterwegs. Anscheinend ist das hier Basketball und da sind ja auch schon einige Leute da. Also ich glaube, könnte noch mehr sein, aber irgendwie dann doch schon. Man beachte, der Punktestand ist hier 60 zu 67. Und ich denke, da könnte man auch wieder ein bisschen was reininterpretieren. Aber ich glaube, es wäre auch schon ein extremer Zufall, wenn der Punktestand genauso fällt und eine Zahl erreicht, die David dann irgendwie nutzen könnte, um uns weitere Riddles zu schicken. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, eigentlich eher schon ausgeschlossen. Dann haben wir hier noch von Flair eine neue Partnerschaft und zwar mit dem Reputation-Score. Also Flair und Reputation-Score arbeiten jetzt hier zusammen, um in Zukunft die On- und Off-Chain-Aktivität wahrscheinlich zu bewerten und somit dann Punkte zu verteilen für die Teilnehmer, um quasi Vertrauenswürdigkeit darzustellen oder halt eben auch nicht darzustellen. Das ist erstmal eine interessante Sache und auch für die Songbird-Halter und Wale haben wir hier einmal eine kleine Aufschlüsselung, nämlich wie viele Songbird man am Ende halten muss, um wirklich auch als Wahl durchzugehen. Wir haben hier links einmal Songbird und Rap-Songbird und wenn man beispielsweise eine Million bis fünf Millionen hat, dann gilt man hier auch schon als Schwertfisch bzw. Senior-Schwertfisch. Wer denkt sich sowas aus? Aber gut, wir haben hier zumindest schon einige Halter, aber oben an der Spitze wird es dann tatsächlich auch schon sehr, sehr schnell sehr eng. Hier 500 Millionen bis eine Milliarde hat nur eine Person oder auch teilweise 100 Millionen bis 500 Millionen auch nur 16 Wallets. Da ist wirklich am Ende auch noch ein bisschen Platz. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch Songbird-Halter seid oder sagt ihr, ne, das Projekt habe ich aufgegeben, da wird nichts mehr passieren. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch ein Fund-Tweet, hier einmal von MyTradingDays, und zwar hier, wenn Bitcoin 10% in einer Woche gestiegen ist und der Boss dich dann fragt, warum bist du so spät zur Arbeit? Und dann sagt er so, pass auf, was du sagst. Ja, also wenn man dann so viel Geld hat, dass man da schon, ich sag mal, so ein bisschen auf dicke Hose machen kann, dann ja, warum nicht? Dann hat man da die Möglichkeiten, auch mal ein bisschen frecher zu antworten. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und da Bitcoin auch 10% ab ist, müsst ihr auch jetzt aufpassen, was ihr in den Kommentaren sagt. Pass mal auf, was du sagst, Junge. Von daher, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, nur nette Sachen möchte ich da jetzt lesen. Und gebt gerne ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns spätestens morgen um 18 Uhr wieder. Und bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.